Ge ola acere, ge ola mi gente, was geht da bei den besten? Euer Boy, El Meo, Kubanito, es war wieder Backup Start Und ja, mi gente, ihr könnt es sehen, heute mal ein bisschen andere Location Und zwar sind wir hier in einer Airbnb Wohnung Und das hat folgende Grund Und zwar werden wir hier in Berlin einige Dinge machen Und ja, vor allem freshe Videos natürlich für euch da draußen Und wir werden gleich, wenn wir zu Matthew gehen, Kerstrick und Krapfi Denn die haben ja ihre What-Als-Tour, glaube ich, oder? Die einzige What-Als-Tour, oder? Und Matthew meinte, kommt doch rum, easy going Und ja, jetzt würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal Checken mal die Jungs ab, vielleicht gehen wir da noch was einkaufen oder so Und ja, ich würde zeigen, wir sehen uns gleich Peace Hey Boy, Leute, das ist der Fanboy hier, Nummer 1 Wieder am Start Gabriel Jesus Was machst du schon wieder hier, der Gerd? Was machst du schon? Ja, wir sind gerade im Lift angekommen Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt zu der Tour von Matthew, Kerstrick und Krapfi Und ja, ich würde zeigen, schön, dass du backschwenkst Jetzt die Leute mich nicht sehen Wie war Leute, ich würde zeigen, wir gehen jetzt Vamos, let's go! Oh Portemonnaie Kraste noch, gell? Ah, ich weiß, was das ist Das ist die Tasche Das ist die Tasche, ja, ja So, wir sind im Auto angekommen, wie ihr unschwer erkennen könnt Mal wieder Wetter wieder, 10.000 Jahre Wie letztes Mal, wo ich zu Wax gehen wollte Ne, nicht neues Ziel Ich meine, vielleicht Ihr macht mich nervös, Leute, macht mich nervös Warte, meine Ziele Letzte Ziele Die Routen werden berechnet Bro, weiß ich nicht, mit Verkehr Oh, 10 Minuten 10 Minuten 10 Minuten Der geht doch noch schneller 11 Minuten So, zeigen Sie mal hier Hierauf Leute, 10 Minuten auf jeden Fall Da müssen wir jetzt hin So, jetzt die erste Challenge ist jetzt schon mal In welche Richtung müssen wir fahren? Bitte fahren Sie zur angezeigten Route Ich würde sagen, Link Wir sind gestern, ich, Matthew und mein Primo Bitte in 250 Meter Ja, ist ja gut Easy Oh, wo? Digga, ich habe einen Strafzettel Ich habe einfach einen Strafzettel Warte Leute, ich habe schon wieder Ey Ich darf doch nicht parken, Mann Leute, wir haben schon wieder so einen fucking Strafzettel Oh, shit Und? Oh, wow Leute, 10 Euro Egal, Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal dahin Geil Und danke Berlin für die nette Begrüßung Mal wieder in den Strafzettel Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen jetzt Und sehen uns gleich bei Matthew Jetzt? Oh, naja Bis Azumiyate, wir sind gerade angekommen Und ja, die Jungs geben gerade Autogramme Fleißig Autogramme Warte mal Ja, die Jungs geben gerade fleißig Autogramme Ja, die Jungs geben gerade fleißig Autogramme Ja, alle Fans Mal, wenn du nicht so einen Babyboy Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was ist passiert? Was machst du eigentlich hier, Kuba? Wer hat mich eingeladen? Ich unterstütze dich Ah, okay, okay Jetzt haben wir diesen Ah, okay, okay Nein, nein, nein Nein, nein Nein, easy, ey Kuba immer herzlich willkommen Check die Locations Fans sind auch alle da Ja, Mann Und bist du bereit? Tags gut? Äh Ich denke mal, man verlernt nichts oder so Okay, ja Bruder, ich bin gespannt Easy, easy Ich bin gespannt Freestyle wie Martin Freestyle Frag mal Kuba, ich bin dabei, oder? Ja, Mann Ja, Mann Ich werde immer besser, ne? Du musst einen rausfahren heute, Bruder, für mich Aufentscheidung Okay, aber später, nicht jetzt Weil zu viele Augen blamiert Okay, Bruder So, dann der eine und einzige Kassfreak Wassup, wassup 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 Alles gut Always stay fresh Wenn es bescheiden Leute, Krapi hier Ja, antworte nicht Falls ihr unterschreiben Ja gut, Leute Ich würde auf jeden Fall sagen Wir sind uns gleich, wenn die Show anfängt Mo 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 Please Let's go Bro Freestyle check Let's go Bro I wanna see the Freestyle Freestyle, Freestyle Freestyle Heeey 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 Baah Heeey I like that I like that Heeey Du musst wieder mit so Wir machen Weiß doch Heeey 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 Krapi 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 Omeco! 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 What else, baby? Hey, you upset, you ready? Yeah! Es geht so... Live! Check! Fam! Check! What else? Check! Es geht on and on Und es geht lauter Es geht viel lauter On and on and off Yeah Live! Check! Fam! Check! What else? Check! La 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 Es geht on and on and off Und jetzt teile Live! Check! Fam! Check! What else? La 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 Es geht on and on and off Es geht immer on and on and off Und alle Live! Check! Fam! Verliebt, dass ihr die Hausaufgaben macht Langsam muss ich rufen, denn sonst komm ich zu spät Zur ersten Pause, um zu checken, was geht Ich will den ganzen Stress, baby, brauche ich den Jay Doch dann wird das gehen, check ich komm wie mein Rack Gib mir mein Pumper, so pack's dir die Schuhe Jetzt aber nicht, wir haben wir die Schuhe Hey! Oh! Hey! Oh! Lass dich schmelzen Wie du hattest Wie du hattest Oh yeah Ey! Dein Business ist Bumper Willst du mit der Ruckuse? Deine Kiste steht für elegan Wie du lachst Wie du dich bewegst Wie du dich bewegst Hey! 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 Set 만약 Hey! Ne Hey! Ja! Okay, ich bin mal in Bande! Leute, was geht das? Was geht das denn hier? Okay. Ich hab ein bisschen Angst vor so vielen Leuten gekommen. Normalerweise ist immer noch Abi da. Zeig dir was ich möchte. Das ist der Übergang, wie ich das deinen Eltern erkläre. Das ist so genial. Ja, gut gemacht. Ey, ich hatte meine Mutter geguckt, Eltern, die dachte sich, was passiert hier gerade? Und ich dachte mir so, fuck ist das witzig. Eine Zugabe und eine Milliarde, die wissen das schon. Zugabe! 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 Direkt jetzt? Oh, noch eine Minute, was? Jetzt komm mit auf die Bühne. Jetzt singen die den ganzen Song ohne Musik. Was? Was? Eine Million ist nicht Bühne. Baby, go like the king. Jetzt kommt auf der Bank. Verdammt, ich bin immer noch krank. Wir sind eine Million, ich hab eine Million. Von Anfang bis Ende, Leute. Einmal durch, hundert Prozent. Eine Million bis, bis es ist Bühne. Das ist kein Rap, das ist nicht für die da draußen Bros for life, das kann man sich nicht kaufen Das bietet alle aus den Fenstern Doch wir sind keine Gangster Wollen wir zum Holzbrenner Denn allen anderen geht's um Leis Und ich hab Spaß und Spaß Oh yeah Alle Hände Ich hab eine Million Eine Million Dankeschön Sie hat dein Plakat Das ist geil Das geht direkt mit dem Bus rein Das geht direkt mit dem Bus rein Das geht direkt mit dem Bus rein Auf jeden Fall weiter so Ihr wisst Bescheid Und Krapi Du weißt auch Bescheid Wenn du das siehst Bruder Ich fordere dich heraus Ja, Fußball Challenge vs. Krapi Kuba vs. Krapi Und ja Auf jeden Fall nochmal Danke Matthew, Krapi Krapi, Chaos Freak Mirko auch am Start war Superman Dennis Und Yassin glaube ich Noch dieser Sänger Also war auf jeden Fall ein cooler Abend Und ja ich würde sagen folgt mir auf Snapchat und Instagram Und ja ich würde sagen lasst uns alle mal gemeinsam auf Krapis Instagram Profil bei seinem letzten Foto Also alle mal schreiben Hashtag Fußball Challenge vs. Krapi Damit ihr das seht Und Krapi wie gesagt I challenge you ok I challenge you Ok Leute ich würde sagen wir sehen uns Folgt mir auf Snapchat und Instagram Peace